Bei der letzten Montagsinfo, die auf Dreisat gelaufen ist, die ist auch immer noch online, wo man die Kinderkrippen mal ein bisschen kritisch betrachtet hat. Und ich sing euch jetzt einfach was von meinem ersten Schultag. Mein erster Schultag war enorm, nur zwei, drei Stunden, dann darfst du heim. Schultüten fest im Würgegriff, jetzt bist ein Schüler, Jetzt hast Pfeff, noch eines konnte ich nicht verstehen, warum muss Mama wieder gehen? Lass mich da allein bei einer fremden Frau, bin ganz allein, hab Angst für ein Zau. Anders umgehen mit den Kindern, Mensch, das sind doch keine Rinder. Anders umgehen mit den Kindern, macht Gesellschaft gesünder. Nach dieser Trennung spürt ich tief, Wie etwas nach zu Hause rief, Ich zählte jede der Sekunden, Hab damals wahrscheinlich das Zeitmanagement erfunden. Am ersten Schultag kann's schon sein, Dass sich was prägt in Ziele ein, Ein tiefes Trauma, das verletzt Und dir einen Dauerkick versetzt. Nicht jeder Kleinmensch ist da gleich, Das nennt man Individuum, Jeder hat seinen Bereich, Gleichmacherei macht jeden dumm, Meine Bitte kommt von Herzen, Spart besonderen Kindern ihre Schmerzen, Lasst Kinder freies Lernen leben, Nur so können sie uns Zukunft geben. Anders umgehen mit den Kindern, Mensch, das sind doch keine Rinder. Anders umgehen mit den Kindern, Macht Gesellschaft gesünder. Mann, sie sind gut, Mach bei ihnen einfach Mut, Aus ihnen wird schon ganz auswählen, Die UN-Systeme sind zum Blählen, Oh yeah! era, Die UN-Systeme sind zum Blählen, Vielen Dank.